Erzählen Sie ihnen, was in jener Nacht passiert ist. Wie sie diesem Mann in die Augen sahen. Ihn, der ihnen vertraut hat und ihn getötet haben. Ich wollte nie, dass einer von euch für mich stirbt. Seid immer in meiner Nähe. Wo du auch hingehst. Bis zum Ende. Nein! Komm schon, Tom. Beenden wir es so, wie wir es angefangen haben. Zusammen! Nur ich kann ewig leben. Entweder so oder fregat, mir egal. Ja! Vielen Dank.